Das hilft hundertprozentig und dadurch wird Serotonin freigesetzt und... Ey Mann, diesmal machen wir so, wie ich es sage. Na, hallo, kleiner Wauzi. Willst du welche von Grandmas Monddampfnudeln haben? Dann warte kurz. Na, sieh mal einer an. Du bist ja ein richtiger kleiner Schauspieler, hm? Ach, so satt war ich lange nicht. Hey, guck, ich hab einen richtigen Blähbauch. Ist ja irre. Ja, toll. Gewöhn dich nicht dran. Wir müssen weiter. Aber der Laden ist eine Goldmine. Was ist los mit dir? Woche für Woche spucken neue Wohnmobile, neue Trottel aus, die uns neues Essen geben. Zieh dich mal um. Das ist das Paradies. Wollen wir meine Augen einen Streich spielen? Ist das eine Fata Morgana, die ich da vor mir sehe? Oder ist das wirklich mein Held? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ja! Du bist Bo, der Superhund. Du bist voll der Knaller. Augenblick mal. Du kennst diesen Hund? Oh, na klar. Er ist voll der Knaller. Äh, ja, 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 das hast du bereits erwähnt. Und wer bist du? Ich bin Dino. Dino, der Hamster. Naja, meine Vorfahren waren nicht alle Hamster. Zu einem Sechzehntel bin ich Wolf. Ein bisschen vielfrags ist auch drin, aber darum geht's überhaupt nicht. Vor uns steht immerhin eine Legende. Baut der Superhund! Er ist schneller als eine fliegende Rakete. Und er durchbohrt sogar ein massives Metall mit seinem Laserblick. Oh, oh, und das Beste ist, er legt sogar große Bauwerke in Schutt und Asche mit seinem Turbo-Beller! Du hast seinen Turbo-Beller schon mal gesehen? Hast du mich etwa beobachtet? Oh, ja. Ich seh dich immer analogisch. Das ist unglaublich. Ach, ist doch nichts dabei. Aber ich bin immer so wachsam. Ansonsten entgeht mir nichts. Du bist ein Phantom. Oh, äh, wenn du das sagst. Okay, jetzt pass mal auf. Du! Das war gerade ganz schön bold-mäßig. Unheimlich, hä? Als wären wir Zwillinge. Ja, unheimlich. Also, wo ist Penny? Sie wurde vom grüneugigen Mann entführt. Echt entführt? Das ist ja furchtbar! Dann ist sie vielleicht in großer... Großer Gefahr, ich weiß. Aber die Katze ist meine Geißel. Eine Agentin des grüneugigen Mannes, nehme ich an. Haha, du nimmst richtig an. Sie führt mich zu Penny. Du, du bist widerwärtiger Abschaum. Kannst du denn nachts überhaupt schlafen? Penny ist der wunderbarste Mensch auf der Welt. Und sie liebt Booth. Und er ist der Knaller. Und du bist ein Monster! Wie kannst du es nur wagen, ihre Beziehung durch deine Boshaftigkeit zu zerstören? Ich zeig's dir! Ich zeig's dir! Lass mich los! Ich krieg das! Ruhig, ruhig, Dino. Ganz ruhig. Du hast recht. Wir brauchen sie lebend. Äh, wir? Ja! Booth, ich wär ne wertvolle Ergänzung für dein Team. Ich bin gespannt. Ich bin blitzschnell. Ich hab messerscharfe Reflexe. Und ich bin ein Meister der Tarnung. Außerdem halte ich die Katze in Schach. Der Weg ist hart. Die Kugel auch. Es gibt kein Zurück. Das Ding rollt nur vorwärts. Leicht ist etwas anderes. Versprochen. Ich muss dich warnen. Sind wir erst in der Höhle des Löwen? Laut Gefahr in jeder Ecke. Gefahr ist meine Leibspeise. Appetit bekommen? Ich bin am Verhungern. Willkommen an Bord. Ähm, hey. Können wir uns kurz unterhalten? Ich hab keine Ahnung, was hier abgeht. Aber ich mach mir doch ein wenig Sorgen wegen der Anzahl der Irren, die hier mit von der Partie sind. Ich verkrafte nur einen. Er wird uns begleiten. Aber ich... Hey. Beweg dich, Gefangene. Es wird gleich dunkel. Er hat recht. Als erstes brauchen wir einen schnellen, fahrbaren Untersatz. Oh, ich hab da ne bessere, Idee. Folgt mir. Ta-ra, 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 ta-ra. Ja, es will mich.